Ich möchte in Excel zählen aufgrund einer Bedingung. Ich möchte zum Beispiel wissen, wie oft kommt in dieser Spalte hier das Wort Rotenburg vor, oder in dieser Spalte das Wort Kurs, oder in dieser Spalte eine Zahl, oder vielleicht über einen ganzen Bereich, wie oft kommt ein Wort oder eine Zahl in einem Bereich vor. Mein Name ist Piermin Lehner. Ich setze den Cursor mal in diese Zelle hier und ich notiere, wonach ich nachher suche. Zum Beispiel Altwis. Also ich möchte hier drin eine Anzahl haben, wie oft bin ich denn nach Altwis gefahren. Die Funktion geht so. Gleich zählen wenn. Und das erscheint bereits hier. Entweder schreibe ich das aus, oder ich mache hier auf diesen Vorschlag einen Doppelklick. Also zählen wenn. Es will wissen, in welchem Bereich soll denn gesucht werden und nachher, wonach ich denn suche. Ich suche ja nach Altwis. Also zuerst definiere ich den Bereich. Der Bereich ist diese Spalte hier. Ich markiere das alles. Ich scrolle wieder nach oben und ich sehe also die Zelle B5 bis B31. Das ist das erste Argument. Ich schreibe einen Strichpunkt. Jetzt folgt das zweite Argument. Wonach suche ich denn? Ich suche nach dem, was hier vorne drin steht. Klar, im Moment ist das Altwis. Aber das ist die Zelle F5. Ich schliesse die Funktion mit einer Klammer, drücke die Enter-Taste und offenbar bin ich zweimal nach Altwis gefahren. Wenn ich jetzt zum Beispiel Sursee schreibe, Enter, dann sehe ich, nach Sursee bin ich viermal gefahren. Ich mache dasselbe nochmals mit einer Zahl. Wenn ich jetzt hier bei Sursee zum Beispiel 36 eintrage, Enter, dann sagt mir Excel ja, nach 36 bin ich aber gar nie gefahren. Natürlich stimmt jetzt hier die Funktion nicht. Ich mache dasselbe nochmals, gleich, zählen wenn, hier kommt sie wieder, Doppelklick. In welchem Bereich suche ich denn? Diesmal natürlich in den Zahlen hier. Ich scrolle wieder nach oben. Es folgt das nächste Argument, Strichpunkt. Wonach suche ich denn? Also hier das Suchkriterium. Diesmal suche ich nach dieser Zahl hier. Schon wieder F5. Ich schliesse die Klammer, Enter. Aha, die Zahl 36, die kommt in dieser Spalte hier dreimal vor. Das war's.